sehr verehrte damen und herren der presse herzlich willkommen zur heutigen pressekonferenz mal an einem etwas ungewöhnlicheren ort aber da kernthemen des heutigen tages und der pressekonferenz die wirtschaftsförderung ist haben wir die gelegenheit genutzt bei einem neu hinzugezogenen unternehmen der rich media factory die pressekonferenz direkt vor ort zu machen um auch die möglichkeit zu haben die firma rich media factory vorzustellen wie sie sehen sind wir hier im kleinen fernsehstudio das heißt ein hightech unternehmen das sich hier angesiedelt hat klein aber fein und direkt verbunden mit dem weltweiten netz das heißt wir sind von dietzenbach wieder mal sehr international unterwegs aber ich möchte dem herrn arendt den ich an der stelle sehr herzlich begrüße als geschäftsführer der rich media factory nicht vorgreifen er wird das unternehmen gleich selbst vorstellen zur pressekonferenz die kernthemen sind die wirtschaftsförderung der herr kritz wird nachher durch die wirtschaftsförderung mit einer kleinen präsentation durchgehen die auch live aufgezeichnet wird über kamera daran werden sie auch sehen was das kern oder eines der kernprodukte der rich media factory ist nämlich die das ja wie nennt man es mit media cast danke dafür wie das dann funktioniert eine präsentation mit live bildern versehen auch später sich im netz jederzeit wieder abrufen zu können anzusehen und auch zu verteilen bevor wir einsteigen in das thema wirtschaftsförderung und aktuelle themen aus der wirtschaftsförderung kurzer hinweis zu den pressemitteilungen oder der pressemitteilung die sie heute bekommen haben das thema neujahrsempfang ist ja einmal quer durch die stadt gegangen und ich bin sehr begeistert dass man in zeiten des schutzschirms und heftiger diskussionen über wohl und weh der stadt den neujahrsempfang doch so weit nach oben pushen konnte wir haben ein nach den vielen sponsoren angeboten auch privat leute hatten sich angeboten den neujahrsempfang doch zu sponsern und er möge bitte weiterhin stattfinden haben wir uns entschieden den verein für die zinbach zu nehmen weil er auch von seiner satzung her selbstlos für alle bürgerinnen und bürger die zinbachs sich seit jahren einsetzt und somit die ideale wahl ist als partner der kreisstadt dietzenbach den neujahrsempfang mit durchzuführen die erste vorsitzende hat mir noch mal versichert und so stets auch in der pressemitteilung dass sie sich am programm selbst nicht beteiligen wollen aber sie möchten die finanzielle unterstützung geben um den neujahrsempfang stattfinden zu lassen ansonsten ist das was in der pressemitteilung steht so hoffe ich umfangreich und auch umfassend dann sollte gestern bereits bei ihnen angekommen sein die der hinweis auf einen pressetermin am freitag wir haben eine delegation aus shanghai in der stadt die mit der wirtschaftsförderung dietzenbach eine vereinbarung der wirtschaftlichen zusammenarbeit unterschreiben werden wir werden dann am termin am freitag noch weitere hintergründe liefern die uhrzeit ist glaube ich auch bekannt jawohl 14 uhr 30 im rathaus werden wir die delegation nicht nur erwarten sondern auch die vereinbarung unterzeichnen und im zuge dieses termins kann ich auch noch ein bisschen zum thema china erzählen beziehungsweise auch in der präsentation noch mal drin was kunding und die weitere zusammenarbeit dort angeht immer dann erstmal herzlichen dank und ich gebe direkt weiter an den herrn arendt von der rich media factory und erst noch mal herzlich willkommen hier am standort es hat ein bisschen gedauert wir kennen uns ja schon eine ganze zeit wir haben uns zweimal auch auf der messe kennengelernt in darmstadt auf der it auf die it und medien heißt genau im darm stadion eine sehr interessante messe bei der die wirtschaftsförderung dietzenbach zweimal zwei mal dabei war und kooperation mit der rich media factory uns den stand auch geteilt haben herr arendt ja 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 ja